Hallo, in diesem Video geht es um Der Mond ist aufgegangen und zwar um die Sopranstimme im Satz von Max Rega. Wir starten gleich von vorne. Eins, zwei, drei. Das machen wir gleich noch einmal. Jetzt spiele ich den Alt dazu. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt noch einmal und ich spiele die Bassstimme dazu. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das war's auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für den Kanal da, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!